Und damit seid ihr begrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Korre 2 durch Skate 3. Wir sind hier gefangen im Gefängnis. Und müssen hier mal schauen, dass wir irgendwie ausbrechen heute. Das sind ungewöhnliche Schädel. Können wir die mal verwenden. Oha! Marie, bist du es? Wer spricht da? Zeigt euch die Feedback. Man spricht natürlich von dir über den Verstand. Man kann den Schild untersuchen, welchen mein Geh ist da am Weg. Ich kann ja nur schief gehen. Können wir vielleicht nur überwenden? Natürlich nicht. Das ist ja auch egal. Oha! Nein, dein Weg kommt nach außen. Oh verdammt, ein Rätsel. Ich bin nicht so gut ein Rätsel. Also gut, stellt eure Rätsel. Was für ein seltsames Spielchen. Wer hat euch dazu angestiftet. Erzeugend klingt wie ein betrunkener Dichter. Wenn mit mir reden wird, dann rückt euch klar raus. Ich spiele dieses Spielchen nicht mit. Das ist der einzige Weg, wie wir hier wahrscheinlich rauskommen. Tja, was ist jetzt ein Spielchen? Wenn wir es jetzt verkacken, dann kommen wir hier nie wieder raus. Wir haben ja den Speicher, der das kriegen muss. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, wenn das jetzt hin. Schleid. Ach du Scheiße. Fledelight. Ein Kind, ein Rabe, ein Schatten. Das dochliche Röte ich nicht einfach hier raus. Ich bin ganz in Schwarz gekleidet und fliehe vor dem Licht. Doch ohne es könnte ich nicht. Was bin ich? Ich bin ein ganz schwarze Gläden, fliehe vor dem Licht, Raben, wüsste ich nicht, dass die vom Licht fliehen, muss ein Schatten sein. Ich habe leider nicht so gut aufgepasst. Und mache die Sommersonne noch so glitzend keinen Schweiß runter von meiner Stirn. Das bin ich. Der Gerät. Äh, äh, was? Ein Amboss, ein König, ein Schild. Also ein König, der schwitzt. In der Sommersonne ein Schild? Ein Schild oder ein Amboss? Ich müsste das Riesel nochmal hören. Wie war das? Ich glaube Amboss, ich bin mir nicht sicher, ein Schild könnte. Musiko. Ein Anvill, für sooth. Du hast mich gemütlich zu sein. Ist es deine Wille, diese schuldigen Schild zu retten? Du potiert mich in die Sicherheit noch nicht. Was ist das, weil du dich in die Freiheit etwas nicht beschlossen hast. In der Zeitung bis zu dir die Freiheit zu retten. Sagst du die Freiheit, für sie kannst du trotzdem nicht erheben. Gehe! Ach du Scheiße, haben alle Inventarer. Die anderen sind noch drinnen, oder was? Ich hoffe, die Wache kriegt davon nichts mit. Ich muss das Inventar nämlich dringend wieder aufteilen. Ich bin strengend, ich bin drüber da und deswegen... Oh verdammt. Na toll. Kreatives Werkzeug dabei. Ja, fantastisch. Können wir hier irgendwie teilen? Dann können die das Tor einfach aufmachen. Ich hoffe, der Zaubertrank hält noch ein bisschen an. Ähm... Sneaky. Metallgirsch. Da kommt die Wache. Versteck dich. Da ist das Interesse. Und wo ich hier hinter einem Fass... Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, aber die anderen sind doch noch im... Die anderen sind da noch drin. Wie soll ich das denn alleine schaffen? Heilige Scheiße, was ist meine Waffe? Wer ist der Schreier? Okay, die kann ich nicht ausrüsten. Warum kann ich keinen Arm ausrüsten? Nicht genug Ressourcen? Ach du Heilige Scheiße, wie soll ich das denn mal leben? Das kann ja lustig werden. Ich habe ihnen nicht mal die Waffen rübergegeben. Ich habe denen die Waffen noch nicht da. Wie sollen die das denn schaffen? Also nicht. Hörst du nicht? Sie sind nun nicht erreichbar. So können wir es machen. Wahrscheinlich auch nicht ewig. Ich bin gespannt, ob wir das aushalten. Um die rauszulassen. Aber das ist leider jetzt unfair. Also hinter Gittern und den... Hinter Gittern angreifen, das ist aber nicht... Das gehört sich nicht. Was ist mit meinem Inventar irgendwie? Die brauchen ihre Waffen zumindest. Können wir das irgendwie machen? Irgendwie nicht. Wir haben halt jetzt alles aufgehoben. Ist doch auch ein bisschen unklug. Kommt, den haben wir doch gleich. Durch das Gittern. Können wir nicht angreifen. Ich muss die Tür mal direkt aufkriegen. Feuerelementar, was ist so ein Fick? Und das soll nicht ohne Waffen gehenkriegen. Ein Fehlschlag, ist ja schön. Na komm. Ein Fehlschlag, na toll. Du könntest dich nicht mehr um die Feuerkreatur kümmern. Was irgendwie geht. Schlagen wir das Feuer raus. Wir boxen das Feuer. Oh, die Waffen wird das nichts. Na, fantastisch. Feuerelementar, was ist das für ein Blödsinn. Ich bin die, die rausgegangen ist. Fantastisch. Und die, die die Waffen hat und dann greifen kann. Das sind 200 Wesen, wieso haben wir das denn gekriegen. Das ist mein Blödsinn. Ein Fehlschlag. Sehr schön. Und zwei Dunkel. Und dann bin ich gespannt, ob wir das überleben. Könnte schlimm werden, wenn mein Team mit draußen unterdrückt und jetzt nicht draußen. Ah, jetzt werden die auch noch geheilt. So mag ich das. Ich muss hier mal ein bisschen mitkämpfen. So schön, so weit kann ich gar nicht laufen. Weil ich vollgeladen bin. Was soll ich... Verdammt. Beim nächsten Versuch müssen wir mal ein bisschen darauf achten, dass wir hier... Wir werden einen neuen Versuch brauchen. So besser schleichen. Und die Zeit besser nutzen. Kirtshot Treffer. Das hat dir nichts gebracht. Warte, jetzt sind die 15... Wenn die sich rein, kriegen wir die nie. Okay, wir müssen gleich noch mal neu laden. Das war... Das war eine dumme Sache. So ist der Kampfaufwunst los. Ah, komm, ich mach das jetzt schon. Das bringt doch so nix. Wir müssen die Waffen rechtzeitig zuteilen. Dann... Am besten das Schloss knacken. Mit dem einen Schloss... Mit der eigenen Möglichkeit, die wir haben. Die eine Chance, die wir kriegen. Sonst sind sie frei und können mitkämpfen. Aber auch mit die geringen Waffen aus dem Gefängnisshaus könnte es auch gehen. Hauptsache, wir verteilen mal die Waffen. Das wäre jetzt klar so, weil wenn ich das Inventar von vielen Leuten trage, kann ich natürlich nur zwei Zentimeter laufen. Okay. So, kommen wir heute in den Gefängniss. Oh, Malabert. Mustst thou st. I, 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 Anfond, thou wist answer me true. And I shall teleport. I, I, I am, Clothened and clap my mind. I, I never did sweat. Even when, And it is thy will to forsaken. Hence, with... Also nicht gesagt, teleportiert mich in die Sicherheit. Okay, wir nehmen die Waffen raus. Ach du Scheiße. Ähm. Erstmal die Waffen. Und wir haben noch nichts ausgerüstet. Wir müssen die Tür aufmachen. Holy shit. Wir brauchen die Angst. Und wir brauchen die Angst. Und bis 14, 6, 6, bis 15. Sehr schön. Now this is my happy place. Und wir brauchen die Angst. 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 Ich bin mit Ressourcen. Aber jetzt sind wir wenigstens nicht überladen. Das ist vielleicht ganz gut. Jetzt müssen wir den Magier zuerst ausschalten. Damit das hier nicht passiert. Feuer mit Feuer bekämpfen. Warum nicht? Ich bleibe ein wenig zurück. Ein wahrer Inspiration ist wichtig. Das können wir wohl noch nicht. Natürlich die Nerzelle angreifen. Ein bisschen faking. Den Helder und den Magier müssen wir auch ausschalten. Die Wachen überlassen wir den anderen. Fantastisch 3 gegen einen. Sehr schön. Mach ihn alle. Ja. Das war schon okay. Sehr gut. Verlangsamt. Ja. Genugt. Ach stimmt. Und wir haben hier noch einen drin. Und wir haben hier noch einen drin. Und wir haben mit Waffen da was... ... was wir anstellen können. Du wirst aufstehen. Und? Wir müssen abstehen, bitte. Nicht so gut, bitte. Ah, schön, dass die Tür aufgeht. Verschlossen, 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 oder auch nicht. Er verschießt fünfmal die Tür. Sehr fiktiv. Da kommen wir dann nicht mehr raus. Oh Gott, ich glaube, ich habe einen Bug. Da müssen wir fünfmal aufschließen, damit die wieder rauskommen. Oder was? Wo versteckt sich nicht der Magier? Da oben. Was ist ein Feigling? Was ist ein Feigling? Oh Gott, ich bin mir auf. Ist noch zu weit entfernt. Okay, zumindest ist der Heider nicht mehr da. Das heißt... Der Elementar kann nicht mal geheilt werden. Von hinten. Ja komm, lösch das Feuer. Kommst du hier noch mit? Was für feige Wächter sind das? Haha, hab ich die Tür nicht geknackt. Ich bin schon mal so gerade der. Und ist das ein Dank. Du brauchst einen Schlüssel. Sehr schön. Und du gehst auch noch rein. Heldabstand. Heldabstand. Ich werde die, die flügelig zu stellen. Ich werde mir auf den Gehen geben. Ich werde mir nicht verdienen. Das wird mir steigern. Ingebenbern. Die Einträglich. Dieilitze warten. Das Zinnen und волken. Die Ehre sind zurzeit. Die Wächte warten. Das Feuerwehrmonster schon besiegt, oder? Was ist dann los? Der fällt auch nicht an. Was ist heute nicht zu öffnen? Wir kriegen ihn nachher auf. Ich hätte nicht das Tor kaputt gespielt. Das glaube ich in dem Spiel. Auch das Tor kaputt gespielt. Keine Träume, um weiter zu gehen. Fehlschlagen. Wir sind auch mal wieder dran. Der Kader. Das Schloss ist so kaputt. Weil wir mit Fett sind. Ich glaube das ist ein Bug. Das sollte eigentlich aufgehen. Deswegen versuchen wir es auch immer. Das ist ein großer Bug. Das sollte eigentlich aufgehen. Wahrscheinlich hat er eine Schlüssel im Moment. Wer lebt noch? So ein Scheiß. Wow. So eine übrig. Ah komm. Kann auch alles durch. Sehr schön. Muss wir ihn nur noch herausfinden. Okay, danke. Oh, ein Schlüssel. Eine der Schlüssel wird vielleicht klappen. Okay. Eine Metallschild. Ah, nein. Lass mal. Oh, wir öffnen jetzt. Schlüssel gefunden. Nein. Nein. Ist das gut? Nein. Warum sollte ich auch gut sein? Ähm. Keiner braucht ein bisschen Heilung. Und dann Rasten möchten wir auch. Aber den machen wir, wenn wir hier raus sind. Ich glaube, wir müssen hier nicht nochmal kämpfen. So, Ausrüstung. Das nehme ich. Da kommt man nämlich auch mit. Ich weiß nicht, ob die, äh, die Sache noch funktioniert. Und das Fleisch. Wahrscheinlich eher nicht. Sollten wir mal versuchen im Kampf. Sollten wir mal versuchen im Kampf. Ich trage hier wohl das meiste mit mir rum. Das Huhn braucht mal. Und hier ist der Switch. Das kann man mal drinnen lassen. Ah, Helltrinker. Okay. Das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Das können sich die anderen drücken aufteilen. Ja. So, wo ist mein Lauter? Okay. Starion braucht den Fernkampfwaffe. Bitte ist hier noch ein drinnen. Starion hat sich die Handschuhe des... Schleichen ist, wenn du den nicht schon anhat. Ich will es hier kurzer machen. Ja, genau. Und jetzt ist Kleidung. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Dann nehmen wir das noch mal mit. Oh, ich könnte ein gutes Essen gehen. Klar, das soll sich auf jeden Fall hier... das Ding mitnehmen. Okay, das war ja für uns. Ich will gleich mal tauschen. Noch mehrere Sachen. Mal fahren, klein und definitiv. Und was wir noch so im Inventar haben. Das müssen wir noch mal wirklich verkaufen. So, jetzt können wir mehr was... Das ist Fenyze. Die braucht auch ein bisschen Inventar. Das ist Fenyze. Die braucht auch ein bisschen Inventar. Das ist Fenyze. Und... Das ist Giovanna. Einifications. Denken wir die Kleidung haben wir noch an, oder was? Das Bild können wir nicht dazu tragen. Schade. Und der Sperr ist schon gut. Es ist ein bisschen dumm, dass wir jetzt hier... ...ein bisschen Metall, das wir mal nur sortieren müssen. Wenn doch hier ist noch eine brennende Armbust. Irgendwann der Armbust brennt, passt aber eher zu mir. Ist ihm passt der Bogen auch? Wie lang? Vielleicht... ...kriebes 11 Schaden. Lass uns gehen. Was ist hier? Ich denke, dass wir erst mal alles... Was ist hier? Erst mal auf die anderen Kisten hinten. Bist du auf meinen Weg? Ich hoffe, es kommen nicht andere Sachen. Aha. Ist noch ein Gefängnis drin. Otto Ott! Bestimmt nicht wegen eurer liebwürdigen Art, um euch... ...zer Flucht zu helfen. Aha. Dampferrack hier drunter. Die Tür steht offen, falls du dich... ...ausbewegen willst. Was haben wir hier? Berater an Floric. Du könntest gerne die Zelle locken. Du bist zu spät. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Was ist... Der Stil-Watt hat passiert. Ich kam, zu suchen, ...Alleis zu unserem Grund. Der Watt hat mich gespottet. Sie hat mich auf den alten Ravenguards Husten gebracht. Entfernt wie eine Strecke. Ein Tadpols-Puppet. Nichts mehr. Ich glaube, da stehen draußen noch andere Wachen. Sie sprachen in Akkusationen. Apostasie. Konspiratie. Sedition. Ich werde in fünf Dornen gespottet werden. Du könntest meinen Zelle locken. Aber es ist kein Geheimnis von diesem Ort. Seht ihr anders? Entschuldigung, weil du das Tor brauchst. Schmerzen gar nichts. Aber ich... ...bär mich ruhig raus. Damit ich in Verlust entkühlen kann. Na komm. Jetzt hat alles geklappt. Jetzt hat alles ohne Brunnen geklappt. Nichts mehr schmerzen. Ich weiß, was zu tun. Lied mich aus meiner Zelle. Eskorte mich aus Worms Rock. Ich suche meine Verbindungen. Wenn die Stadtseite schattern, Sie wollen ihre Bladen. Gut gemacht. Lied den Weg. Das ist ja schön. Jetzt haben wir einen guten Verbindenden auf der Seite. Unsere Seite. Ich speichere hier mal. Ich habe noch etwas drin. Nichts. Ich lasse einfach demonstrativ. Einfach... 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 Einfach aus Protest. Die Tür ist... Die Zellen offen. Es kann auch nicht sein, dass die kein Wein mehr haben. Ich verstehe ich, warum die so lange dürfen haben. Wenn wir Wasser hatten. Wasser und Äpfel hatten sie hier. Zwei Tomaten. Ja. Und hier werde ich nicht reden. Wer von euch hat denn jetzt eigentlich die Lauf? Es sind drei Brüder in der Lauf. Vielleicht mal mir zugeben. Nicht, dass Carla noch auf dumme Ideen kommt. Oh, ein Hund. Ein Hund schwebt. Ein bisschen Hund. Da kann ich schaden. Wurzeln mit Krempe. Wurzeln mit Krempe. Bibelblau. Und Wurzeln mit Krempe. Ein gröser Platz. Das ist cool. Das sieht man nicht wirklich fast. Und hier ist es ein bisschen besser. Ich muss meine Dauer passen. Oh ja. Was ein Tag. Jetzt steht ihm ja der Wut. Ja. Hat was. Vielleicht einen neuen Wut. Ja, nicht schlecht. Klar, auch die Hexer. Schau nach vorne. Nicht wasst einen Schritt. Dann kommen wir mal hier. Und die Entfernung bestimmt nicht. Und dann halt nicht. Speichere ich hier nochmal. Sehr schön. Was bleibt das hier. So gut das nachgehen geht. Sprich mit Logo kann. Hier sind auch Leute. Wenn wir zurückgelassen haben. Dann gucken wir mal hier. Oh ein Lagerraum. Oh ein Hut. Von dem haben wir schon welchen. So. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir auch mal. Die Sachen aus dem Lager mit. Ne. Klar ist das still. Aber. Was soll passieren? Wollen wir uns verhaften? Hehehe. Oh nicht schlecht. Bosheit. Wollen wir uns verhauen. Wollen wir mal hier. Und. So. So. bis jetzt mal direkt nicht. Ok. Hier gibt es nichts mehr. Also keine Gefahr. Und hier ist noch ein Wächter. Dann soll ihn am Leben. Sobald wir fliehen, macht er dann Alarm wahrscheinlich. Egal. Ja, ich habe es schon befürchtet. Da werden auch mehr Erwachen sein. Oder nicht? Das ist nur ein Wurm. Na zwar, wir werden noch eine lange rastlangen müssen. Ich bin Lord Enver Gortash. Du bist der Präzionbehrer, Schlager des Dreads General Ketrick Thorne. Ich willkommen dich zu Balders Gate. Meine Stadt. Eine Stadt für Niemann und die Eure sein. Es war mir eine Freude zu treffen, können wir von deinem Gesicht zu deinem Gesicht sprechen. Durch finden und ich werde dich töten. Oh ja. Okay, wir werden nicht angegriffen. Wir sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und wir werden auch nicht umgehen. Wir werden nicht umgehen. Schlippt durch die Bortash. Aber sie ist kass. was ist hier los raus das normal nochmals gesteckt werden wo geht es denn hier raus und er macht ich muss mir nacht geht jetzt müssen wir erst raus das ist eine tür hier raus ja fantastisch Der Gehirn scheint sich zu resistieren zu ihren Meistern. Das ist das Gehirn oder was? Was habt ihr jetzt vor? Ich inspiriere die Leute, vielleicht könnt ihr das auch machen, schließlich brauchen wir Verbündete. Vielleicht können wir durch sie ein paar Unterstützer in Kampf gegen den Fürst Wotasch gehen. Da war ein Zweck. Verbündete Versammlung mit Zora. Und die hat mir noch gefehlt. Ein schöner Schindig, ich höre. Perfekt für Kraschung. Geh auf, wir sprechen später. Und bringe den Pup hin, wenn du kannst. Ich liebe ihn, um den Spaß zu missen. Ja, nicht so. Zur Unterstadt. Bevor wir da hingehen, ging der ganzen Nimbus Gotasch. Nimbus Gotasch. Oh, die Nations-Zone-Unitel. Okay, damit, das wird, ich glaube, das wird Story relevant, da brüchten wir mal. Aber wir gehen gerade davon weg. So das Nachtlied. Haben wir das nicht schon gefunden? Ja, wir sollten, wenn wir hier zurückgehen sollten, wenn wir mal Willen mitnehmen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Das ist eine andere Region, nicht weiter warm. Hm. Und wir sollen wahrscheinlich erst mal das hier machen, bevor wir in die Unterstadt gehen. Es war mir lange gefühlt, um in die Unterstadt zu kommen, aber... Äh. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, oder? Ja, das sieht wohl danach aus. Ich könnte jetzt in die Unterstadt gehen und das ignorieren, aber... Ja, wir gehen jetzt mal ins Lager. Wir machen lange Rast. Und schauen wir mal, wie wir zum Bosskampf mit Gotasch kommen. Wir werden die Zeremonie unterbrechen können. Na, wie geht's? Was? Was sagst du? Kätzchen. Ich muss hier rumgehen. Verdammt. Das hat ja sehr gut geklappt. Das hat ja sehr gut geklappt. Und sie haben wohl auch... ein bisschen Vertrauen. Oh. Ein Bandit. Das haben wir. Okay. Ich muss mal öfters das hier aufmachen. Wir schmerzen. Wir schmerzen wohl Astarion wieder aus dem... aus dem Team raus. Und nehmen Bilder für uns Team. Das wird Story relevant. Astarion nicht ruhig, bald wieder. Ja. Das Team. Hallo. Was kann ich für dich tun? Oh, Frau. Ich bin schmerzt. Ich... Es klingt riesig. So. Wir werden den Bordner. Das ist natürlich technisch. Mensch. Männer, Frauen, Kinder. Alle sind aus der Entfernung. Eine verdammte Travestie. Eine Jahrzehnte. Boulders Gate würde jeder und alle, die zufrieden haben. Wer würde diese Menschen in die Seine nehmen, wenn nicht die Jewel von Bouldern? Weil du ja als ich Boulders Tor verlassen habe, war es eine sichere Zuchtucht. Da muss Gortasch dahinter stecken. Genau das. Ich werde die Garten schmerzen. Alles Teil des Planes, natürlich. Schritt 1. Schreibe eine Arme, und schreibe sie auf die Stadt. Schritt 2. Schreibe die Garten in der Namen der Sicherheit. Schritt 3. Schreibe in den Applaus. Gortasch hat nicht sichergestellt. Er hat sie in die Prisse. Und wenn seine Arme durchsucht, die Leute werden nicht mehr zu gehen. Ich mache die Stadt eine sicherheit. Schreibe die Bedrohung. Wenn die Stadt einsperrt, dann muss natürlich eine... Sicherheit verspricht, muss natürlich eine Bedrohung geben. Wenn die Stadt einsperrt, dann muss natürlich eine... Sicherheit verspricht, muss natürlich eine Bedrohung geben. Ah, das ist sehr... Das würde sie nicht gut sein. Das würde sie nicht gut sein. Das ist wirklich ein lustiges Treppen. Was ist. Es wird wohl mehr du weißt. Es ist die Frage besser. Die Frage besser ist, wie es mich nie erinnahet hat. Wenn er das mache, er erinnahet hat der Will Ravengard, die er noch einmal wusste. Nicht der helltoucht Warlock, die er nur zurückgegift hat. Ich habe gerade verspricht, oh ja Oh, und ich kann mal wieder levelen Hier kann man Zauber lernen Blindheit Gegenzauber Großer Fug, versieh dich selbst oder in Verbindung mit Fähigkeit fliegen Auch nicht schlecht, Hunger von Hada Bringen wir den Zauber in eine Anreaktion zum Scheitern Soll man am höchsten dritten Grades sein Aha Hörbischer Tadel hat man den noch nicht Nehmen wir das hier mit rein Ach du Scheiße Jo Jo, gern Okay, genau hier zum Schwächelstrahl ist auch cool Spiegelbilder nehmen wir aus Und nehmen wir Vampirgriff Das nehmen wir Nexelmeisterin wird mal ein bisschen zum toten Beschwüre machen Feuerwand Bannung Klage Die Feuerwand klingt gut Schauerliche Anrufungen Bei den Studien des okkulten Wissens hast du eine heilvolle Beschwörungsformen Die Anhaltung des marktisches Talent von einem Bruch der Uhr Hat ein Geheimnis für dich Wird Schatten Schatten Tiersprache Teufelsicht Kannst du wirklich normal sehen Es macht Sinn Teufel Tat Kraft Falsches Leben Zauber Aha Selbstwirken Schatten verschmelzen Zudringender Strahl Das ist cool Das ist cool Das ist cool Und was seine Waffen die er gerade dabei hat Er hat so eine helle Bar oder oh je Müssen wir mal wechseln Haben wir denn irgendwas was wir ihm geben können Kann der den Hammer schwingen? Kann er nicht Mit grausamem Stachel Und gut verdammt Das kann er tragen Mutlich die Klebe Das passt doch irgendwie Das passt doch irgendwie Bleibwegs Okay Lange Rast Und dann geht's hoffentlich weiter Nun bin ich weh und der lange Rast Und wieder was passiert Die Parklänge ist nämlich erreicht Die Parklänge ist nämlich erreicht Wir sollten das mal hier werden Schon überzogen Ach verdammt Ach verdammt Das hat sich schon Mh Wie konnte sie nicht Entstehen Alkohol Und wie war sie nicht Entstehen Ich bin getrennt. Seitdem du Ketherick hast und seine Niederstunde der Kontrolle des Gehirns wurde ...brittal. Es rebeleint gegen Orrin und Gortash. Fierce. Ich versuchte, dass wenn wir Ketherick haben, seine Niederstunde war. Die Niederstunde entdecken. Die Niederstunde entdecken dass meine Gefühle war korrekt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn sie ihre Worte bekommt. Und ich weiß nicht. Du fühlst den Emperor's Angst, als ob es dein eigenes Leben ist. Ein Wilder-Brain entdeckt ist die Wilder-Brain entdeckt. Die Wilder-Brain entdeckt wird der Ende von alles. Schön, nicht wahr? Der König-Prinse Orpheus entdeckt in die Schmerz. Ja, nicht so. Deine Firma ist nicht... unwelcome. Was macht ihr da? Ihr wird besorgt. Ich dachte, so nah am Gehirn wird ihn auf der Hut. Die Gesellschaft ist abstoßend. Ich will nur einmal schlafen um zu träumen. Ich bin nur noch ein bisschen von mir. Ich bin nur noch weiter in meiner Evolution als du. Ich verstehe, dass meine Outer-Brain und Appendien Sie auf dich. Aber, außer meinem Exterium, ich noch fühle mich. Ich bin über die Erinnerung. Sie sind schlafen. Sie sind schlafen. Ich kann nichts denken. Niemand. Niemand. Andere. Und wer denkt hier jemand aus Ihrer Vergangenheit? Ich habe eine Liebesbeziehung. Die Vergangenheit ist vorbei. Schaut nach vorne. Sie haben doch jetzt nicht reingekommen. Du habst mich, ich war mein ersten Freund. Sie waren meine erste Freundin. Sie waren weit weg. Ich habe lange das Freundschaft von anderen gesehen. Es ist der einzige Weg, um zu erreichen. Vielleicht war meine Beleine mit einer die Freundschaft Beleine mit Beleine anders. Ich war anders als meine mit dir. Was intime auf die man impotierte, so wie mich, wie das ist mir wirklich egal was für eine Beziehung ihr hattet. Sie war meine Geschäftspartner, nachdem wir die Knights des Shields gingen, eine schwierige Aufgabe für ein Mindflayer. Duke Stelmayne mich verabschiede, und die Stadt sie verabschiede. Ich verabschiede die Plot, aber Belin nahm die Center-Stage. Es war sie, die mit den Merchanten, Politiker und Patriarchen. Es war sie, die negativen Beispiele verabschiedet hat und verabschiedet hat. Sie war sie, die wichtigsten Beispiele in der Stadt. Zusammen, wir haben die Ordnung in den Chaos gebracht. In der Höhe, alles, was in der Stadt passiert, ging durch die Shield, durch uns. Ich konnte es nicht ohne sie tun, ohne sie. Und zwar, du hast sie verabschiedet. Du denkst, dass Mindflayern sind die Geist-Soul-Less-Huske, die nichts fühlen. Belin glaubte das gleiche an zuerst. Du bist falsch. Das Gefühl ist wichtig für die Beispiele für jemanden, selbst die Mindflayern. Wie du, Mindflayern haben keine Angst. Wie du, wir brauchen eine Beispiele. Aber in der anderen, in meiner Kindheit, ich bin kein Schlag zu einer. Mein Ende ist und immer ist Freiheit. Belin begann das. Belin wurde meine Freiheit. Passt beim nächsten Mal besser auf. Ich weiß, ihr versucht nicht zu manipulieren. Es funktioniert aber nicht. Ich weiß, wer, was ihr seid. Du wirst gut machen, um mehr wie ich zu sein. Deine humanistischen Tendenzien werden eine Beispiele. Lass mich. Danke. Wenn hier noch ein Handheld rausgeworden wäre, hätte ich wirklich abgeschaltet. Gut. Mal schauen, wo ich diesen Part noch zusammenkürzen kann. Ja, dann liefst du schon. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao. Musik Musik Musik